so kannst du das ja genau benutzen so dann du mal kurz mal und dann also 7 uhr 40 oder was ist es jetzt an und dann ich hab nehm auf ne stunden ah ne erst um 10 oder was fängt das an wieso stecken wir so früh auf so gut bin ich wahrscheinlich auch oder vielleicht müssen wir noch irgendwas machen vielleicht ist es eine der stundenplan wo die bis was arbeiten müssen oder prüfungen haben wass up kate school that's it that video of you clubbing didn't look like homework victoria that wasn't me oh my god right don't be shy i think it's awesome you set a tongue record on video you're going to be sorry someday oh boo hoo i'm sorry you're a viral slut i'm sure she had fun looks like it i know nathan hooked her up and you know he has the good shit preach it sister yuck yuck i still have goddamn paint all over my face good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel we ran all the way give it a rest taylor now i know if i'm in an accident i won't rely on you or courtney for help you can hang out with kate or max she's a weirdo with that dumb camera i hate that i'm so quirky crap anyway let's leave the link to kates video so everybody gets a chance to see her in action you are such an evil biatch i love it hee 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 ah map ... Ohne Witz, die hat gerade so schlecht über ihre Freundin neben ihr geredet, aber sie findet es trotzdem lustig. Ich hätte besser gekämpft, als ich Kate zurückgegeben werde. Hallo, wer ist denn hier drin? Ach, hier ist auch wer drin. Wasser ist fast so gut als eine Kuppe starker Tee, wenn ich in schlauermode bin. Hallo, Wasser? Sorry, ich habe es vergessen. Okay, Poster ist hier auch noch eins. Das kennen wir auch schon. Na gut, dann schauen wir uns mal die Nachricht an. Die Historia ist so fucking mean. Selbst wenn ich eine Person von mir verhören kann, ist es wert. Ja klar, das hat das Konsequenzen, aber das ist mir sowas von egal. Weil es weiß ja eh niemand, wer das war. Schön, haben wir wieder ein paar Leute beim Gespräch erwischt. Das ist so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. So, hier war ja sonst gar nichts. Papierkugel. This is both sad and pathetic. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht in Schreiben, aber ich dachte, du hast sie gesehen. Okay, ja, das kennen wir schon. Juliette has no clue how much this is hurting Kate. Rollerblades. Ah, ich wollte eine Derby-Gerl sein, aber ich habe fast meine Füße, um sie aufzuhalten. Ich habe das Video nicht gesehen, Max. Curiosity hat die Max. Wer wird überleben und was von ihnen noch sein wird? Beziehung statt es in einer Beziehung, happy happy joy joy. Das wäre lustig, Skulls und Ghosts all over Blackwell. Like, ich könnte dieses Look ausziehen. Hallo, Victoria. Custom Central Variant Graphic Outfits für Frauengröße 00 bis 20 und 50 Dollar. Wow. Wir gucken einfach irgendwo in fremde Laptops und sowas rein. Curiosity hat die Max. Ja. Hmm. Antibiotika. Das ist toll, Dana. At least we're showing our faces together in public, so you absolutely should go with us Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. Uh, I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. No need to go there now. Fine, I won't disturb you. Ah, that's what I'll try later. I'll try again. I'll try again. I don't have any keys. I don't have any keys. Eh. Ugh. No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up. After I find Kate's book. Nobody messes with me, bitches. Man, this could almost be art if it wasn't so fucking sick and disturbed. Wer war das? Oh shit. Nathan's revenge. Even Chloe told me not to go to the principal. Warte mal. Wenn das Nathan ja geschrieben hat. Wieso? Oder was macht er hier? Oder warte mal. Ist das hier nur, ist das hier jetzt nur der Girls Bereich? Nee, oder schon? Es ist ja glaube ich nur so, dass... Ja doch, hier ist ja nur Girls. Hier sind ja keine Jungs. Wenn, wenn Nathan hier sich rumtreibt, wäre das eigentlich schon verboten wieder. Aber wer soll das ja glauben? Niemand. No book here. Of course she just spilled soda on kates book. Better fix this fast. Kate needs the book and I don't want to add to our list of problems. Gut, dass wir das haben, weil ich da gerade... Wir haben Probleme. So, wir werden jetzt einfach das Glas wegschrecken. Und dann nehmen. Aha, you sneaky book. You're mine. Gut, dass wir diese Funktion haben. Das hat nicht jeder. Ich würde es mir auch gerne wünschen. So. Okay. Muss ich jetzt noch hier irgendwas machen im Zimmer? Natürlich. 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 So. Ich werde jetzt gleich nochmal klopfen. Aber... Oh, doch nochmal. Mach dann. Mach dann, ich glaube, je keinen Sinn, aber... Warum nicht. Okay. Ich werde dich nicht beschränken. Okay. Ich werde dich nicht beschränken. gestern unter Rettung von Chloys Leben neben anderen irren Scheiß, wie Victoria es ausdrücken würde. Im Black Realm muss ich annehmen, dass jetzt alles anders ist. Und ich dachte, der Welt meine Fotos zu zeigen würde hart werden. Nachdem Chloe mich gestern am Wohnheim absetzte versuchte, versuchte ich mehr über den außergewöhnlichen Schneefall am Leuchtturm zu erfahren, aber die örtlichen Meteorologen sind ahnungslos. Ich war so aufgedreht, dass ich die ganze Nacht Zeit und Quantenphysik recherchierte. Da ich nicht Varen bin, war ich nach meiner Recherche noch ahnungsloser als vorher. Ich glaube nicht, dass meine Tornadovisionen unter Schneefall verbunden sind, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich glauben soll. Ich bin froh, dass Chloe und ich wieder ein Team sind. Muss Schicksal sein. Erst muss ich duschen und mich fürs Frühstück mit Chloe fertig machen. Das habe ich echt vernötigt. Ich traf Kate im Duschraum und sie wollte Familientreffen zurück. Ich liebe dieses Buch und muss es mir selbst kaufen. Natürlich stürmten Victoria und Taylor den Duschraum und hackten wegen dem Video auf der armen Kate rum. Und wie richtige Biester schrieben sie den Link zum Video auf den Spiegel. Verstehen nicht, wie sie damit durchkommen. Victoria hat alles, was sie davon hat, Kate Marsch zu mobben. Wir alle sollten erwachsen sein, aber es ist eher wie ein Battle Royale, nur ohne Dystopie und explodierten Köpfe. Nur Victoria kann dafür sorgen, dass ich mich unter der Dusche dreckig fühle. Das muss man erst mal schaffen. Okay, das haben wir gelesen. Das kennen wir ja. Da haben wir nix. Junge, das sieht so creepy aus, wenn wir davon immer sehen. Oh, verdammt. Jetzt bekomme ich anonyme Gefahr. Das wird nie endet. Das muss von Nathan sein. Aber es könnte jemanden sein. Ich hätte besser hier umdrehen sein. Oder ich könnte in riesigen Gefahr sein. Wenn ich nicht bereits bin. Das könnte vielleicht sogar auch so gewesen sein, vielleicht bei der Rachel. Vielleicht wurde die auch irgendwie bedroht und ist geflohen oder sowas. Man weiß es ja nicht. Jeder erzählt was anderes. So, ich würde sagen, wir hauen rein. Oder ist Kate hier irgendwo... Hat die irgendwo hier ein Zimmer? Ich glaube nicht, ne? Nein, ich glaube, wo warten Kate? Hat die hier irgendwo ein Zimmer? Da! Kate? Bist du da? Ja, ich bin da. Komm mal. Oh nein. Kate ist all alone dealing with this video bullshit. I hope her mother doesn't disown her. Betreff, ruf uns an. Kate, dein Vater und ich haben eine verstörenden Anruf von Director Wells bezüglich einer Party videos von dir erhalten. Unser Bedenken, die nach Blackwell zu schicken, schienen berechtigt. Bitte ruf uns heute Abend nach dem Unterricht an, damit wir dieses ausführlich besprechen können. Ich hoffe, du hast keine Schande über dich und unsere Familie gebracht. Wir beten für dich und ich warte, dass du Gott um Vergebung bittest. Deine Mutter. Oh nein. Oh nein. Sie wird ganz, ganz schlimm. Was? Oh nein. Ich brauch gar nicht fragen, warum. Kate's Art ist perfekt für ein Kinderbuch. Everything looks so fun and colorful and positive. Aber sie ist halt das komplette Gegenteil. Aktuell. Warum hat sie das Schild aufgeführt? Wenn sie sich nicht an sich sehen kann? Krass. So fängt das an. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Johannes 1 bis 5. Katie, du wirst immer mein hellstes Licht gegen die Dunkelheit sein. Umarmung und Küsse, Papa. Das hat große Schmerzen. Sie wird ausmachleuchte. Sie wird durch die Boxen. Ich wusste nicht, dass Kate mit Elisa und Stella zusammen gesprochen haben. Das ist die tiefste Junge. Ich glaube, Kate ist eine gute Momente. Sieht nicht nur gut. Das ist das Problem. Hey, ich versuche, meine Macht für gut zu nutzen. Autsch, sie hat die Hamnation verlassen. Liebe Kate, sämtliche Dämonen der Hölle hätten mich nicht auf den Inhalt eines Videos vorbereiten können. Wie die Hure Jezebel zeigt, du dich vor den Augen Gottes. Ich werde mit meiner Gemeinde für die Rettung der Seele vor dem ewigen Höllenfeuer beten. Tante Marsch. Gut. Das ist die Totenköpfe. Gut. Das ist die All-American-Zombie-Familie. Kate macht sogar Noten in ihrer Bibel. Meine Eltern haben mich niemals zur Kirche genommen. Ich hatte nichts gegen die Rebellen. Ich weiß nicht, was jetzt zu glauben. Kommt her zu mir alle, die ihr müheselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist dem Gerechten eine Freude zu tun, was Recht ist, aber eine Furcht zu über Eltern. Vielleicht hat Kate eine split-Personalität. Die Kirche am Tag, die Party-Monster am Tag. Sicherheit statt Reue. Egal wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht, please wait at praisebjc.org. Solche Seiten wirklich gibt's. Also genau mit der Domain und so. Ja, ich glaube einfach, sie hat gerade einfach Probleme. Bei allem. Also wenn wir sie jetzt einfach mal gleich zur Rede stellen. Poor Kate. Sie sieht nicht gut aus. Hey Kate, ich bringe dein Buch. Max, warum kamst du in zwischen David und mir gestern? Ich hatte keine Wahl. David Madsen ist ein Asshole. Du hast die Wahl, nicht zu involvieren. Niemand hier scheint zu interessieren. Kate, ich bin tatsächlich interessiert. Also, was ist die Geschichte mit dir und David? Na, er ist total Paranoid. Er denkt, ich bin Teil der Vortex Club. Ja, genau. Warum denkt er das? Weil er sieht das Video. Weil er das Video gesehen hat. Du weißt, wie humiliating das ist für mich? Ich weiß, dass das klingt, Kate. Aber... Sag mir über das Video und vielleicht kann ich mir helfen. Basically, ich bin zu einer Vortex Club Party. und habe mich mit ein paar Menschen gemacht. Und ich habe keine Erinnerung davon. Also, warum sollst du gehen? Lass der Sanität? Ich habe nur gedacht, ich könnte ein paar neue Leute treffen. Du musst mir sagen, mehr als das. Was passiert bei der Party? Du trinkst? Ich versuchte Gott, ich hatte eine Sippe Wein rügel. Und dann habe ich Wasser. Ich versuche ich nicht mit einer Folge. Ich versuche ihn schulz. Ich versuche ihn nicht. Ich versuche ihn nicht. Ich versuche eine Sippe vor der Kirche und ich verhören auf eine Viger Video, ok? fall. War jemand schulz? Ich erinnere mich getötet, und schuldig. Gehen. Dann Nathan Prescott sagte, er würde mich zum Hospital beitern. Nathan Prescott? Oh, was bringt. Er war nett für ein Veränderung, als er mich geholfen hat. Er ist das Gegenteil von nett. Was nächstes? All I recall ist, dass ich ein lange Zeit fahren bin. Dann bin ich in einer Wohnung. Ich dachte, es war ein Krankenhaus, weil es so blit und blit war. Geh weiter. Ich höre. Niemand war mit mir zu sprechen. Ich dachte, es war ein Doktor. Bis ich hörte Nathan, und ich fühle mich ein Sting in meinem Kopf. Und... Und... Und? Das ist alles, ich glaube. Ich weiß, was passiert. Ich bin in meiner Wohnung der nächsten Morgen. Ich hatte keine Marken oder Brüßes, aber ich fühle mich gross. Also, wer hat die Video von dir gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich Viktoria. Sie war da, als sie sein, dass sie dumm selbst. Jesus, Kate. Ich bin sorry. Das ist echtes Scheiß. Wie kann ich ein virales Video durchführen? Ich weiß, dass es bereits spüren ist. Was ist, wenn meine Kirche das sieht? Ich muss wissen, was zu tun. Kate. Wir werden es herausfinden. Ich werde später nachhören, okay? Danke. Danke, Max. Du kannst mein Buch hier, nahe meine Brücke. Ja, Alter. Alles gleich mal klingelt. Das ist einfach nicht mehr normal. Jesus, das ist intensiv. Wenn Kate hier nicht raus wäre und die Wahrheit ist, ist dann tatsächlich nicht mehr normal? So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate, anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Good job, Dr. Max. She didn't like, what I had to say, but we need more proof of what happened. Yeah, das stimmt. Bei einem Video... Ein Video hilft nicht. Ein Video hilft nicht. Wir wissen alle nicht, was los war. Kann ja alles frei gefunden sein. Das hier aber nicht glaube. Und das mit Nathan Prescott, da gibt es einen schon eigentlichen Grund, wegen der Anzeige, wegen der Waffe. Max, Essen, Two Whales, seh dich da, brich dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Oh Gott, okay, dann machen wir uns mal schnellstens auf dem Weg, weil wir hängen hier schon seit, ich weiß noch, in der ersten halben Stunde. Gut, ja, wir können gehen. Nicht, dass sie irgendwann in Episode 3 oder 4 einfach irgendwo tot im Zimmer hängt. Das wäre wirklich das Allerschlimmste, was wirklich passieren kann. Ich meine, wir hätten noch die Möglichkeit gehabt, zurückzuspulen und das andere zu nehmen, aber... Ich glaube... Oh, quiet. Und ich kann fühlen die Tiere, die mit mir wachsen. Das ist eine Sache, die ich wirklich liebte, über Arcadia Bay. Es sind alle diese coolen Tiere in der Flüge. Die Zwerge immer in der Frühstück kommen, um Essen zu hören. Ich kann sie hören, sie zu hören. Was Tiere in der Flüge sehen Sie in der Flüge? Ich bin nicht so, aber... Ich habe einen Dough, der sahen sich direkt auf mich. Wie es versucht, es zu kommunizieren. Oh, das ist dein Geist. Das ist dein Geist. Nichts weird, außer dass du dich gesehen hast. Das könnte ein Zeichen sein, um dein Leben zu sehen. Was ich wissen? Mein Geist ist ein Geist. so what did you think about that freak snow shower yesterday another message from the earth to get our shit together i will say that samuel hasn't seen anything like that before i so don't want to get in the way of your morning ritual see you later of course you will samuel really should keep this locked it's a waiting accident and too easy to sneak into i definitely won't play with this thing again i can see that samuel's concerned but does he need a poster how did samuel get photos of rachel posing i can see that samuel how did samuel get photos of rachel posing i've never seen samuel wearing shades and what's with this other crap oder heißt das dass wir jetzt einen eintrag hier wieder bekommen ich verstehe nicht was sie dürfen ja das ist immer auch gott das mysterium vertieft sich und es gibt kein entkommen nachdem ich victoria und taylor auf kate rumhacken hörte ging ich in mein zimmer und empfand diese gruselige fotomontage nur nathan ist so gestört der gedanke dass nathan hier war um das zu arrangieren ist echt übel ich muss hier besser auf mich aufpassen ein überwachungssystem scheint mir jetzt weniger abweigig und noch mehr drama erhielt eine bedrohliche nachricht von einer unbekannten nummer nathan victoria kein plan ich muss echt augen im hinterkopf haben ich musste noch kates buch zurückbringen also ging ich in ihr zimmer ich wusste es geht ihr nicht gut aber gut aber aber nicht dass es so schlimm ist alle lichter aus charlesien runden die totale emo kopfhöhle und kate ist das gegenteil von emo und kopf sie weint nur im dunkeln und das ist und das war traurig sie so zu sehen noch trauriger war mein wunsch ein foto von ihrem leid zu machen kate gestand das mit ihr wohl mehr geschehen war es nur ein video sie sagte mir dass nathan prescott sie von der party in die notaufnahme fahren wollte und sie glaubte er hat ihr etwas angetan aber sie kann sich nicht erinnern es ist schwer zu glauben dass kate nicht wusste was für ein mensch sie ist oder nathan ich habe selbst gesehen wozu der wichser fähig ist natürlich fragte kate ob sie zur polizei und zum direktor gehen solle ich kam mir super mies vor aber ich sagte kate sie solle keinem was sagen bis sie beweis hat dass ihre drogen verabreicht wurden das video hilft ihr kein stück und das könnte mächtig nach hinten losgehen sie legt sich mit allen prescott's an nicht nur mit einem reichen jungen auf drogen sie mochte meine antwort nicht sie traut mir die ermittlung wohl nicht zu verständlich oder manchen frage ich mich was ich eigentlich tue außer mir noch mehr ärger einzuhandeln kate schmiss mich sogar aus ihrem zimmer hallo heldin des alltags aber es ist wirklich so es ist so deiner da sind wir jetzt also fahren wir gehen wir gleich innen oder so the paint job looks great samuel knows his color schemes the window was still broken after i warned alissa about the rogue football one little thing changed the course of that windows life yeah taylor i don't think i've actually seen taylor alone without team victoria hi taylor hi taylor just because you were nice to victoria doesn't mean i have to be nice to you i don't want to fight with you or victoria instead of smack talk let's just talk for once you're funny well i'm not doing anything at the moment so talk why do you hang out with victoria she's pretty mean to you and courtney and she's bossy too look you don't know her i do and she's one of the best friends you could have i guess i've had mean bossy best friends too better than having mean bossy parents i would love it if my mom was meaner bossy instead of sick but whatever we've had our talk not yet not yet not yet not yet not yet not yet that's why i wanted to talk i'm glad we did hi again taylor hey that wasn't such a bad talk we should do it again see you later we could do it no we won't do it we won't talk about victoria or the video weil man ach Junge this is Nathans Vater diese Nachricht sollte dich wissen lassen dass jeglicher Versuch meine Sohn zu diffamieren und zu erpressen nach rechtlicher Auswirkung haben wird oh der Mr. Anwalt spricht du bist nicht die erste schüler im Blackface die es versucht aber hoffentlich die letzte betrachte dies als letzte höfliche Warnung aha hat der eigentliche Typ eigentlich irgendwie was hat er irgendwie hä Junge da soll der Typ mir das ganz normal ins Gesicht sagen dass der Typ einfach scheiße ist Alter er soll einfach ganz ehrlich der Typ ist eigentlich der größte Arsch wie man haben kann also nicht mal seine sogar seine Eltern sind genauso scheiße also kein Wunder dass das übertragen wurde auf ihn ach Junge ja gut ich werde jetzt hier äh die Session beenden ich schau mir hier kurz noch ein bisschen im Wald an ob ich vielleicht hier muss die wegfutter auf kann ich hier hoch? oh ja ich kann hier hoch? das wusste ich gar nicht oder? nee ich kann es ja ansehen Warren told me that totem is named Tobanga for a reason nobody knows aha aber ich kann hier hinten rumlaufen das wusste ich gar nicht release the kraken come on squirrels time for your 15 minutes of fame I better not get near the bench or the squirrel won't take the food yes another Pulitzer for the portfolio yes another Pulitzer for the portfolio can't blackwell have at least one no football zone nö scheinend nicht so was haben wir denn alles schon 1 4 2 das haben wir noch nicht gesehen aber wir haben schon mal die ersten 2 Fotos ein paar Tiere sind hier sogar diesmal drin naja gut ich würde sagen ich mache jetzt Feierabend weil ähm ich muss die Videos jetzt schnell noch rendern über Nacht und hochladen fett ne lange Nacht also gut ähm ich sag dann mal bis zum nächsten mal wieder ich würde dann wahrscheinlich am nächsten Tag weiter aufnehmen und na gut dann sag ich mal bis zum nächsten mal wieder haut rein Leute und ich dann